das war mehr als hallo kommt schon ja wir haben es halbwegs war Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm schon. Ja, 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 ja. Au, 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 au. Ja, uff, hu, 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 hu. Viel, viel unglaublich gutes Gerede mit Ja, hi, hi, hu, hu, ha, und Ui, 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 ui. Ja, und Weg ist er? Hu, 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 meine Güte, Herr Gabi, den Das, äh Verkraftet mein armes Herz nicht mehr So Jetzt haben wir tatsächlich noch jemanden, den wir Ausschalten müssen Und ich weiß Überhaupt nicht, wie ich zu dem Oh Ja, das, äh War Einfacher Als gedacht Hust Hm Oh, meine Güte, meine Güte Oh, das, äh Das sieht Interessant aus Wenn ich wieder Weil Ah Ein Schwarm Raketen Wird abgeschossen Das, äh Will ich mal Behalten Wir wissen ja nicht Wo uns das noch Hinschicken könnte Hinschicken könnte vor allem Äh Wie uns das noch zugutekommen könnte So wollte ich sagen Vernünftig reden Ist Aber, wie wir festgestellt haben Relativ unter solchen Voraussetzungen Puh Weg Ist er Der alte Büffel Ja Und Komm schon Jawohl Da ist auch dieser Büffel weg Meine Güte Meine Güte Ich, äh Oh, da haben wir jetzt schon die zweite Dingens Ja Und, äh Hilft uns das? Hilft uns das? Äh Weiß ich nicht Das wird sich zeigen Geh doch drauf Geh doch drauf Geh doch drauf Und, 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 und Jawohl Was ist denn hier mit euch? Wer bist du denn? Ah Nein Au Nee, nix da Nix da Geh doch einfach mal drauf Ist das jetzt die endlose Brücke Oder was? Doch Äh Mörser Abschuss Dingen Jawohl Weg Weg vom Fenster Na komm Irgendwo muss doch jetzt hier Muss doch mal Äh Das Ding kommen Jawohl Jawohl Was geht das hier unten weiter Oder was? Die endlose Brücke Nach der endlosen Geschichte Und Was erwartet uns? Was erwartet uns? Was erwartet uns? Gefährliche Landschaften Gefährliche Kletterpartien Uiuiui Uiuiui Und Da Ist es auch schon so weit Wer kommt? Oh Oh Den kennen wir ja noch gar nicht Da bin ich ja mal schon Nervig Ja Dann gehen wir mal da runter Mensch 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 Fisch 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 Ja Hier Bleib mal schön dort Zeug will ich gar nicht Gefällt mir gar nicht Wenn der jetzt hier Ständig abstürzt Ich meine immerhin müssen wir den ja auch irgendwie besiegen Wir haben ihn besiegt Sag mir nicht wir haben ihn tatsächlich schon besiegt Ja Kruzifix miteinander Das ist ja kaum zu glauben Das ist ja kaum zu glauben Das ist ja kaum zu glauben Warum kommen dann immer neue Gegner? Ich dachte wenn man den besiegt hat dann kommen keine neuen Gegner Hier ist doch was Faule im Starte Gut Wenigstens haben wir haufenweise Kohle jetzt Subkassiert Aber Irgendwas ist doch hier jetzt Ordentlich faul gewesen Dass wir da noch so viele Gegner in die Backe gekriegt haben Meine Güte Meine Güte Meine Güte Meine Güte Meine Güte Und jetzt muss ich da irgendwie auch noch hochklotten Oh Was ist das denn? Was? Wer bist du denn? Ein Superkampfroboter? Das wäre cool Da würde ich mich drüber Ordentlich abfreuen So So Wir sind im Medium Und haben drei Bosse besiegt In 23 Minuten So viel zu Ich komme vielleicht nicht mehr wieder ins Spiel rein Oder Bin vielleicht ein bisschen schlechter unterwegs Aber jetzt kommen die schwierigen Kletterpartien Vor denen ich so ein bisschen Sorge habe Na komm Husum Und Husum Und 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 Komm 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 Weg 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 Jawoll Ja Das war ja Maché jetzt Das hat Was hat das denn gebracht? Außer einen weiteren Gegner Toll Was ist das? Ein Drachen Oh Heilt nach einem Kill Ebenfalls etwas Was ich gerne halte Reparieren wir dich auch mal Und Unten Wo ist der abgestürzt und krepiert? Ich hoffe es ja ein bisschen Ne Ist er nicht Weil wir sehen da unten Dass er noch am Leben ist Mist Muss ich wegen Dem kleinen Sack Nochmal komplett runter Na danke auch So Und Hoppsi Und Hoppsi Immer heute nach oben Geht es wieder Klettern Für den Freudigen Bergsteiger So Zack Zack Und Hopp Und Auch Ihr dürft einmal krepieren Ja Vielen Dank Und Mal schauen Was uns hier Erwartet Oh Was ist das? Oh Hehe Ich habe das Ungünstige Gefühl Dass das Eine Fähigkeit ist Die mir nicht Gefällt Meine Güte Na gut Weiter geht's Auf unserer Reise Wir sind wieder im vierten Bereich Wieder in den Magma Baracken Und warum ist die Maus schon wieder mehr im Weg? Als ob die mich nicht schon genug hier stört Zack Und Zack So Hopp 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 Wow Und Jawohl 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 So Das ist Näh Das sieht mir nach nervigen kleinen blöden Gegnern aus Jawohl Da haben wir wieder was getötet Oh Das ging Schnell Jetzt heißt es nur am Leben bleiben Da Da Das Toxic Das Kenne ich noch gar nicht Ja Komm schon Komm 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 Was ist denn hier los? Geballer 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 Oh 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 Und da ist es auch schon down Ja Kruzifix miteinander Welch Spaß Welche Freude Ja Jetzt kommen aber hier immer noch Gegner Ja Zack 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 Raketen Ach Wir müssen Ach es kommen noch Gegner Weil wir müssen noch so und so viele Sekunden überleben Verstehe Oh jetzt haben wir einen Jackpack Der unsere Sprunggröße Oder beziehungsweise unser Sprungvermögen verbessert Oh jetzt Ist unser Verbessert sich unser Spirit auch noch Was auch immer das bedeuten mag Wenn wir einen Gegner besiegen Was haben wir hier gekriegt Was ist das vor allem für ein komisches Da hier dieses Dieses große Ding Ne Das Frage ich mich was das ist Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst Abzustürzen Wenn ich hier Falsch Springe Das wäre auch Überhaupt nicht schön Au 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 Sag mir nicht Dass wir hier mit diesem Leben Womöglich Siegreich sein könnten Ähm Wir müssen irgendwie nach unten kommen Wie komme ich hier nach unten Oh da sieht es so aus Als könnte ich nach unten gelangen Und 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 Nee Nix gekriegt Verdammt Ja das Sieht mir aus Wie nach unten Sieht mir aber auch so aus Als wollte ich hier gar nicht Nach unten Mist Und was mache ich nun Was mache ich nun Oh hier Hier kann ich nach unten Hehe Völlig übersehen zuvor Jawohl Siegreich Von dann gezogen Und Moment mal Das bedeutet ja Dass wir jetzt den Die fünfte Ebene erreichen Nach 30 Minuten Der Tempel der Alten Ähm Ich frage mich nur Was uns hier in diesem Tempel erwartet Bei diesen Alten Wow Krepier 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 Ja Und nun Werter dem Tempel Das Problem ist Müssen wir nach oben Müssen wir nach unten Wo müssen wir hin In diesem Tempel Ich würde jetzt doch mal Eher dazu tendieren Ah 650 Leben erreicht Das ist scheinbar was Gutes Ähm Das will ich eigentlich gar nicht Mein Leben hier noch zu opfern Ja Wow Das sah nach Matsch aus Ja Mist Da kommen aber auch schon die nächsten Was ist das Dealing Damage Heats you Jawohl Boah Kommt Jungs Äh Euch Äh Sehe ich dann später wieder Ne Jetzt Wander ich doch tatsächlich Erstmal nach oben Weil ich glaube fast Äh Es ist eine doofe Idee War nach unten zu gehen Ich glaube fast Wir müssen tatsächlich Immer weiter nach oben Wandern Auf der Suche nach dem Nächsten Teleporter Ja Besiegt Jawohl Wenn es hier überhaupt Sowas wie den nächsten Teleporter gibt Ich weiß ja gar nicht Was es als nächstes gibt Komm 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 Geh drauf Und was gibt es hier Hier gibt es Äh Keine Ahnung Ich glaube Erfahrung ist das Ach Mist Jawohl 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 Mani 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 Und immer mehr Heilsam Ach verdammt Ach verdammt Sag mir nicht Es geht hier doch Nicht weiter Weiter Ja komm schon Komm schon Komm schon Jawohl Das ist Das ist jetzt Super Stürzt der auch noch Ab der Knie Und Jawohl 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 Also Ich weiß nicht Ob es die Gegenstände Sind die wir diesmal Eingesagt haben Die Uns So Sag ich mal In die Hände Spielen Oder ob wir Tatsächlich Einen Zustand Von Ansatzweise Gut Erreichen Was ich Malaya Als Nicht Gegeben Empfinde Ehrlich gesagt Also ich glaube Nicht Dass ich tatsächlich So viel Besser geworden Bin Bei Dreimal Spielen Dass das Jetzt so Einen Immensen Ja So eine immense Auswirkung hat Wollte ich sagen Und Naja gut Ich sag mal so 20 Minuten Sind wir jetzt Am Ende Unterwegs Gewesen Bis der nächste Absturz Entstanden ist Wo ist denn Jetzt hier Dieses nächste Ich will Mein Leben Nicht opfern Auch wenn es Dafür tolle Belohnungen Gibt Das mag Ich nicht Da Oh Das Wett 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 Wir müssen Das Toxic Beast Nochmal Besiegen Wie es Scheint Geh Unterwegs Wett 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 Ah